Nürgelst du ständig an deinen Partner herum? Darüber geht es in diesem Video. Sagst oder denkst du auch manchmal, ein Partner oder meine Partnerin sollte in dieser Hinsicht anders sein oder sich anders verhalten? Du sollst nicht das oder jenes tun. Das Ganze bedeutet, wir haben viele Erwartungen an unsere Partner, die sie uns oft nicht erfüllen. Erwartungen sind für die Liebe jedoch ein Gift und setzen den Partner massiv unter Druck. Immer, wenn man zum Partner sagt, sollst so oder so sein, versetzt man ihn in einen Schuldzustand. Nicht ins Haben, wie auf einem Konto, sondern ins Soll. Dein Partner soll dir etwas dafür geben, dass du ihn liebst. Das bedeutet, solange nicht du nicht das tust, wie ich es gerne möchte, kann ich dich noch nicht lieben. Solange wird auch ein Druck auf unsere Partner ausüben, in Form von Soll-Sätzen und Erwartungen, kann er sich jedoch nicht verändern. Vielleicht verändert sich sein Äußeres, seine Frisur oder sein Verhalten. Im Inneren jedoch wird er sich nicht verändern. Nur, wenn du erkennst, woher dein Du sollst oder Du solltest kommt, warum du deinen Partner nicht annimmst, wie er heute ist, erst dann kann sich zuerst in dir etwas verändern und dann in ihm. Wenn wir das ganz genau betrachten, ist es das kleine Kind in uns, das wütend, fordernd, verletzt oder ängstlich ist und sich wünscht, dass sich der Partner so verändert, dass es ihm gut geht. Das ist falsch, denn weh mir für den Zustand, in dir selbst, für deine Emotion und für deine Gefühle bist nur du selber verantwortlich. Erst dann, wenn du das Kind in dir und das Kind in deinem Partner siehst und das Herz öffnest für seine Gefühle und Emotionen, dann kann echte und wahre Harmonie entstehen. Werde dir auch bewusst, dein Partner ist dein Spiegelbild. Wenn du zum Beispiel einen Schmutzweck im Gesicht hast, dann bringt es nichts, den Fleck am Spiegel zu beseitigen. Erst wenn du den Fleck an dir erkennst und entfernst, verschwindet er auch im Spiegel. Nimm deine Erwartungen zurück und fühle in dich hinein, wo Unfrieden und Krieg in dir herrscht. Beginne jetzt alles anzunehmen und aufzulösen, was mit dir nicht in Frieden und Harmonie ist. Das ist das schönste Geschenk, das du deinen Partner machen kannst. Das war mein heutiger Impuls zum Thema, nörgst du ständig an deinem Partner herum. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar. Beachte bitte auch die Infos unter diesem Video. Abonniere meinen Kanal für die weiteren Video-Updates. Du kannst das Video auch gerne auf Facebook teilen und wir sehen uns dann im nächsten Video.